Siebter Spieltag, Bezirksliga, Staffel 3. Wir gehen zu der Viktoria Birkesdorf, heute auswärts beim Horamau SV, bei dem Tabellenzweiten. Das war natürlich eine Partie, vermutlich auf Augenhöhe oder mehr. Dazu live zugeschaltet der Trainer Marius Schinke. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Juchungs. Ja, letzte Woche souverän und heute hatte man natürlich eine große Aufgabe. Ich habe es gerade schon erwähnt, den Tabellenzweiten zu Hause nicht, sondern auswärts. Wie haben Sie die ersten 45 Minuten von der Trainerbank erlebt? Die ersten 45 Minuten, das war ein intensives Spiel von uns ausgeführt. Wir haben alles reingeworfen. Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns auf den Gegner einzustellen heute. Der Gegner hatte die ersten Minuten ein bisschen mehr vorm Spiel, aber wir haben uns als Mannschaft, alle Mannschaftsteile, jeder Einzelne hat sich in dem Spiel dann auch in der ersten Halbzeit schon gesteigert. Und sodass wir nachher dann die bessere Mannschaft waren und auch für mich verdient 1-0 geführt haben zur Pause. Ja, Sie haben es angesprochen, Pausenführung und zwar durch den Manuel Jungers, durch den Kapitän. Letzte Woche war er nicht dabei, heute wieder voll im Saft und erfolgreich und hat die Mannschaft, sag ich mal, mit der richtigen Motivation in die Kabine gebracht? Ja, das war für uns natürlich ein super Zeitpunkt, vor der Halbzeitpause noch das 1-0 zu machen. Das nimmt man dann gerne mit. Auch die Euphorie und auch einfach den Ertrag für das, was man auf dem Platz dann gerade läuferisch und kämpferisch geleistet hat. Das war ein gut getretener Freischuss vom Nico Collieras, passend auf den Kopf von Manuel, der den Ball dann, was auch seine Stärke ist, souverän einnickt. Ja, da hatten Sie als Trainer vielleicht nicht so viele Sachen anzusprechen in der Kabine oder mussten Sie nachjustieren, um die zweiten 45 Minuten genauso erfolgreich abzuschließen? Hormer SV, Tabellenzweiter, die wollten ja nicht mit leeren Händen da stehen. Wir hatten zwei, drei Punkte nicht allzu viel. Wir mussten kämpferisch vor allem so weitermachen, wie wir uns in der ersten Halbzeit da gesteigert haben. Das haben wir auch gemacht. Wir haben angesprochen, dass wir ein bisschen mehr Seitenverlagerungen spielen müssen, weil wir da leider sehr rechtslastig noch waren in der ersten Halbzeit. Sowie, dass wir auch mehr Abschlussaktionen setzen müssen. Da sind wir noch einen Ticken zu verspielt um die gegnerische Box herum. Das haben die Jungs aber sich auch zu Herzen genommen und auch mitgenommen in die zweite Halbzeit und das auch entsprechend umgesetzt und erfolgreich umgesetzt. Erfolgreich umgesetzt. Die ersten 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, keine großen Aktionen und dann kam der nächste Schlag auf Ihrer Seite. Wir sind auch weiterhin sehr gut im Spiel gewesen. Ich glaube, Horm hatte sogar jetzt aus dem Spiel heraus nicht wirklich eine Torchance. Deswegen haben wir da als Mannschaft auch vom Stürmer bis zum Torwart hin gut verteidigt. Es ist dann eine Balleroberung von Lukas Kirschbaum im Mittelfeld, wo wir dann in den eigenen Spielaufbau gehen und uns da schnell nach vorne kombinieren. Wenn am Ende Jonas Verona auf den Nico Collieras spielt und wir endlich auch mal aus der zweiten Reihe schießen, nicht jeden Gegner ausspielen. Und da hat der Nico ja gezeigt, dass wir was können, auch aus der Distanz zu erzielen und nicht immer, dass wir jeden Gegner ausspielen müssen. Ja, Sie haben es angesprochen. 2 zu 0 durch den Nico Lars, der letzte Woche ja auch nicht so ganz zufrieden war und heute sich wieder belohnt hat. Und Jonas, der ja letzte Woche, sag ich mal, der Top-Mann der Liga war, heute nur als Vorlagengeber? Ja, Nico ist ein Spieler, der natürlich super gerne auch an Toren beteiligt ist. Es ist ja auch immer, letzte Woche hat er drei Vorlagen gemacht, hätte wahrscheinlich selber noch gerne ein Tor gemacht. Aber eine Vorlage ist ja mindestens genauso wichtig wie das Tor selber. Und da haben die beiden Jungs, Jonas und Nico, das heute einfach nur gechauscht und hat heute der Jonas dem Nico das Ding vorgelegt und der Nico das Ding gemacht. Freut mich für die beiden Jungs von Herzen, dass wir da momentan mit den beiden so erfolgreich sind. Ja, Horn ließ natürlich nicht locker. Die wollten ja nicht jetzt ohne Punkte da stehen und die haben sich auch zurückgemeldet. Wie hat Ihre Mannschaft das Ganze denn verkraftet? Ja, leider ist es, wie gesagt, nichts aus dem Spiel heraus gewesen von Horn, sondern leider auch wieder ein Umschaltmoment. Wir verlieren am gegnerlichen 16er den Ball, laufen dann in eine Umschaltsituation, wo wir einfach dann in der Höhe-Mittellinie den Ball gewinnen müssen oder einfach mal das taktische Foul ziehen müssen, machen wir nicht. Der Gegner läuft dann in den 16er, wird vermeintlich leicht getroffen, wo es dann zu der Elfmetersituation kommt. Klar, dann hat Horn natürlich nochmal Auftrieb bekommen, aber wir haben heute den Rückschlag relativ gut verarbeitet. Wir hatten noch eine Situation nachher, wo es nochmal einen Freistoß gab von Horn in unserem 16er, weil wir zu lange den Ball gehalten haben als Torwart. Wo er sich hier aber auch vorher nicht angezeigt hat, spielen bitte, sondern direkt gepfiffen hat auf Freistoß im 16er. Die Situation gab es noch zu überstehen, aber ansonsten haben die Jungs das trotz des Anschlusstreffers souverän zu Ende gespielt. Zu Ende gespielt, die Punkte mitgenommen, mit nach Hause, nach Birkesdorf, große Freude. Aber man hat hier in den letzten Tagen auch so ein paar kleinere Baustellen. Im Mittelfeld hat man jetzt einen Spieler verloren, Ilka Mejasi, der ja in der letzten Saison noch in der Bezirkssieger in 17 Spielen bereits acht Tore selbst erzielte. Und davor in der Kreisdorf ist ja 16 oder 17 in den Jahren. Wie schmerzlich ist so ein Verlust, so einen Spieler zu verlieren, mitten in der Saison? Das ist natürlich schade, weil wir mit dem Spieler auch geplant haben, über die ganze Saison wissen, dass Ilka eine super fußballerische Qualität hat. Es ist jetzt leider unter der Woche zu einem Vorfall gekommen, dass wir gesagt haben, dass er jetzt am Wochenende nicht dabei ist bei dem Spiel. Und er sich daraufhin entschieden hat, grundsätzlich nicht mehr zu kommen. Es ist jetzt so, wie es ist, aber die Mannschaft hat heute ein tolles Spiel gemacht. Eine gute Reaktion auf das gegeben oder sich das gar nicht anmerken lassen. Von daher ist es schade, aber grundsätzlich haben wir noch genug Jungs, die das auffangen können. Und dann können wir ja einfach mal schauen, was sich vielleicht bei uns noch personell ergibt im Winter. Ja, sieben Spiele, Sie haben es angesprochen. Vier gewonnen, drei verloren, 17 Tore kassiert, 19 selbst geschossen. Da ist also noch Redebedarf, beziehungsweise im Nachhinein Arbeit auf dem Plan, um das zu verbessern? Ja, die offensive Ausbeute ist schon ganz okay. Da könnte auch noch mehr gehen, hatten auch heute noch mehr Chancen. Denn defensiv wollten wir uns natürlich deutlich stabilisieren im Vergleich zur letzten Saison. Das haben wir leider bis jetzt nicht geschafft. Heute wäre es fast so weit gewesen, dass wir mal zu Null spielen. Haben wir natürlich auch wieder nicht geschafft. Da müssen wir auf jeden Fall noch an uns arbeiten, damit wir auch mal knappe Spiele für uns entscheiden. Zwölf Punkte nach sieben Spielen, Platz sieben. Man ist mittendrin und wir freuen uns auf die nächsten Begegnungen der Viktoria. Vielen Dank für das heutige Gespräch, Marius Schinke. Sehr gerne, danke auch. Bis dahin.